Hier ist schon wieder wegen Gleis. Es sind schon wieder 15 Mann hier. Hier ist schon wieder Rumschreier, mein ganzes Zeug kaputt machen. Hier ist schon wieder Filmen, mitzirisch auf den Sack gehen. Kommt diesmal nach Streife? Ja, wenn ihr auch mal von alleine durchfahren würdet, müssten wir das scheiß nicht machen, weil dann würden die wissen, dass da immer mal Polizei da ist. Hast du jetzt aufgelegt? Du pleiter Hohenzahn! Spielt eigentlich einer von euch Killingfloor?